Kennst du auch so Menschen, die solche wunderschönen Masken zur Show tragen? Nein? Du weisst, welche das ich meine, oder? Hier ist wieder die Ruth Achelier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Ja, Masken. Masken, die mögen ja im Karneval in Venedig oder wie diese, die stammt aus dem Norden, aus Amerika mitgebracht. An der Wand sind die ja ganz hübsch anzusehen und im Karneval sicher auch. Aber kennst du Menschen, die das ganze Jahr über eine Maske tragen? Man nie so ganz genau weiss, sind die jetzt authentisch oder nicht? Meint der das so, wie er das sagt? Weisst du, immer diesen da, oder? Immer so hart zugedeckt und so ein bisschen eingeengt. Nein? Wahrscheinlich, ja. Wann trägst du eine Maske? Mehr in der Familie? Weil man da nicht darüber redet? Mehr im Geschäft? Dann, wenn du auftreten sollst? Oder zum Beispiel mit einem Kunden? Wann glaubst du, kauf dein Kunde bei dir? Wenn du so kommst? Ihm irgendwas vorspielst? Nein, oder? Genau, nur das authentisch sein. Das ist gar nicht so einfach. Wie soll man dann das definieren? Also wann bin ich ich und wann spiele ich eine Rolle? Wenn du Schauspieler bist und das perfekt beherrschst, diese Rollen zu spielen, die man dir im Stück zuordnet oder im Film? Oder wie Will Smith kürzlich in einem Interview gesagt hat, I don't need any other actors. Wenn du das kannst, ist okay. Aber im täglichen Leben das authentisch sein. Möchtest du ein bisschen mehr Selbstvertrauen? Mehr wissen, wer du bist? Dann gebe ich dir jetzt nicht das Clearing Statement, sondern ich gebe dir hier von den Access Consciousness, das sind so Tools und Toys. Und dieses Mantra All of life comes to me with ease, joy and glory. Also alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Das Gute und das Schlechte. Sag doch mal dieses Mantra immer morgens und abends zehnmal. Englisch ist ein bisschen kürzer, geht für mich schneller. Versuch's mal. Masken sind da für den Karneval. Für alle die, die diese fünfte Jahreszeit haben möchten oder eben wie diese, die hängt bei mir an der Wand. Versuch sie runterzunehmen. Aufrecht zu gehen, zu strahlen, dich selbst zu sein. Und sonst, du weisst, ich bin ein Coach für mehr Lebensqualität. Ich freue mich, ruf mich an, lasse die Access Bars laufen. Tschüss. 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 Tschüss.